Herr Professor Baum, was uns natürlich besonders interessiert, welche Rolle wird die Behandlung von herzkranken Kindern in Zukunft in der MHH haben? Die Kardiologie ist uns ein ganz besonders wichtiges Forschungs- und Versorgungsgebiet an der Medizinischen Hochschule. Herz und Lunge sind seit jeher eine große Domäne hier in der Krankenversorgung. Wir sind besonders stolz darauf, dass wir in der inneren Medizin, in der Chirurgie und auch in der Pädiatrie ganz hervorragende Ärztinnen und Ärzte an Bord haben. Die Kinder liegen uns natürlich besonders am Herzen, nicht nur als kleine Patienten, sondern auch später, wenn sie älter werden, als Jugendliche. Und sie werden auch kontinuierlich begleitet bis in die Erwachsenenwelt. Das geht also in die Zukunft? Ja, wir versuchen, ganzheitliche Konzepte umzusetzen. Wir sehen die Patienten nicht isoliert, nur als einmalige Fälle, sondern versuchen, unsere Medizin so zu entwickeln, dass wirklich den Menschen dauerhaft man gerecht werden kann. Wir alle zahlen Steuern, wir zahlen Kassenbeiträge. Was sollen wir also Menschen sagen, die es nicht einsehen, dass sie das deutsche Gesundheitswesen auch noch durch Spenden mitfinanzieren sollen? Zunächst einmal sollte man nicht klagen über das deutsche Gesundheitssystem. Es ist im internationalen Vergleich sehr gut aufgestellt. Aber wir wissen auch von der täglichen Behandlung unserer Patienten, dass wir immer noch an Grenzen stoßen. Wir wissen von den Angehörigen und von den Patienten, dass unsere Krankenhäuser nicht optimal ausgestattet sind. Wir sind extrem dankbar für weitere finanzielle Beiträge, die uns helfen, eine patientengerechte Versorgung so hinzubekommen, dass man nicht nur technisch auf dem höchsten Niveau arbeitet, sondern auch die menschlichen Komponenten alle voll abgebildet sind. Geht es also nicht mehr ohne bürgerliches Engagement? Wir benötigen dringend bürgerliches Engagement. In Deutschland ist es noch relativ gering im Vergleich zu anderen Ländern. Wir sind dankbar für jeden, der spendet und sorgen immer dafür, dass die Spenden auch an die richtige Stelle kommen. Die MHH hat mit einem Defizit zu kämpfen. Von mehr als 30 Millionen Euro ist die Rede. Will aber bis Ende 2015 aus den roten Zahlen raus sein. Können Sie sicherstellen, dass Spenden nicht im allgemeinen Finanztopf versickern? Das liegt in unserem tiefsten Interesse. Wir verwenden die Spenden nur entsprechend ihrer Widmung. Wir haben eine klare Trennungsrechnung. Wir finanzieren uns aus dem öffentlichen Haushalt, den Beiträgen der Kassen und den Fördergeldern. Und die Fördergelder werden nur entsprechend ihrer Widmung verwendet. Was kann und was sollte sich künftig an der Finanzierung der Universitätskliniken ändern? Sie fordern zum Beispiel einen Systemzuschlag. Was hat es damit auf sich? Systemzuschlag meint einen extra Beitrag für die Entwicklung der universitären Medizin. Die universitäre Medizin leistet mehr als die Regelversorger, die normalen Krankenhäuser und auch die sogenannten Maximalversorger, die nicht-universitären Krankenhäuser, die sich um schwerstkranke Patienten kümmern. Wir haben hier noch mal die besonders schwer kranken Fälle, Patienten mit seltenen Erkrankungen, mit besonders komplizierten Fällen, die man nicht bemessen kann mit dieser sogenannten Normkostenpauschale, den Fallpauschalen. Wir haben sehr viele Patienten, die wir nicht regelhaft finanziert bekommen aus dem üblichen Vergütungssystem. Und darüber hinaus haben wir unsere Kernaufgaben in Forschung und Lehre und auch in der Weiterbildung der Ärzte. Die universitären sind die wesentlichen Weiterbilder des ärztlichen Nachwuchses. All das führt zu einer besonders hohen Komplexität der Abläufe. Und hierfür braucht man einfach mehr Finanzmittel, um eine optimale Medizin nicht nur von heute, sondern auch eine optimale Medizin von morgen zu gewährleisten. Da kommt mir natürlich noch eine Anschlussfrage. Könnte es auch bedeuten, dass die Universitätskliniken sich aus der Normalversorgung zurückziehen? Das werden sie nicht tun. Wir brauchen einen gesunden Mix. Denn wir wollen ja auch Ärzte aus- und weiterbilden. Hier sind ja auch die Studierenden der Medizin. Wenn wir hier nur die extremen Medizin vorhalten würden, dann könnten wir keine gute Ausbildung gewährleisten. Und genauso die Weiterbildung der Fachärzte in den verschiedenen Disziplinen erfordert, einen gesunden Patienten-Mix. Aber wir dürfen nicht nur auf die lukrativen Fälle schauen, sondern wir müssen für alle Menschen die Medizin vorhalten, die einen medizinischen Bedarf haben. Und das heißt, wir weisen niemanden ab. Wir werden alle Patienten behandeln, auch wenn die Fälle noch so schwierig sind. Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen vielmals. Ich danke Ihnen.